Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen zum Sprechplanet, heute am 25. Februar 2017 mit einem Gast, auf den sich ganz viele bei uns gefreut haben, zumindest als wir es angekündigt haben. Und im Prinzip auch in den letzten Monaten wurde immer mal wieder nach ihm gefragt, warum ausgerechnet da, kann ich es ja gar nicht so sagen, er ist ja immer noch sehr oft im Fernsehen. Und vor allen Dingen ist er schon da, Marius Theobald, der kleine Junge aus Ritas Welt. Hallo. Hallo, so klein bist du ja gar nicht mehr. Naja. Naja, ich habe dich eben schon im Vorgespräch auf dem Sofa, weil du ja tatsächlich bei mir zu Hause bist, also normalerweise kommt hier ja keiner rein. Sieht schön aus. Sieht gut aus hier. Ganz gut. Kannst nur jedem empfehlen. Nein, ja kann man, kann man, kannst du machen, aber ich lasse nicht jeden rein. Da habe ich dich schon gefragt, wie oft wirst du noch erkannt? Was ist die offizielle Antwort im Interview dazu? Also, ja, sobald der Bart weg ist, werde ich noch relativ viel erkannt. Ansonsten, ja, die meisten Leute sagen irgendwie, ich kenne dich irgendwoher so. Ich hänge es da nicht direkt an die große Glocke natürlich. Aber, ja, genau. Die meisten kennen mein Gesicht irgendwoher. Das hat sich nicht so viel verändert. Das bist du ja dann quasi auch schon seit Jahren gewohnt, ne, dass die Leute dein Gesicht kennen. Dann ist das mal, gab es mal so eine Zeit, wo es richtig scheiße war? Weil du bist jetzt ja, du warst, hast du aufgehört 2003, wie alt warst du da bei Ritas Welt? Da war ich 13. 13, okay. Dann gibt es ja vielleicht eine Zeit, wo das nicht ganz so cool ist. Oder war das immer schön? Es ging eigentlich. Also, dadurch, dass ich damit irgendwie aufgewachsen bin. Also, ich habe ja mit, also mit vier angefangen, was zu machen. Damals Fotos. Und dann mit fünf den ersten Film und so. Und mit sechs kam dann Ritas Welt dazu und so. Und deshalb bin ich irgendwie ein bisschen damit aufgewachsen. Das war also alles nicht so. Wie ist das denn entstanden? Also, kam das von dir aus? Oder hast du eine große Künstlerfamilie, wo es vollkommen klar war, dass der Junge das macht? Oder war das, ich meine, mit sechs, also, wie kommt man mit sechs zu solchen Aufträgen? Ja, ich war damals in einer Agentur, einer Kinderagentur. Warum? Da bin ich reingekommen, weil wir eine Freundin hatten. Und diese Freundin hatte eine Nachbarin, diese Nachbarin hatte eine Fernsehagentur. Und diese Freundin hatte die Gabe zu nerven. Und hat meine Mama immer genervt, hat gesagt, der Junge muss unbedingt ins Fernsehen. Und hat diese Nachbarin immer genervt, hat gesagt, ich kenne da einen, der muss unbedingt ins Fernsehen. Und beide natürlich nur so, ja, hier oben. Du auch schon, ein Sechsjähriger. Nee, ich noch nicht, ich war damals vier. Ich habe schön in der Ecke gespielt und nichts gemacht. Und dann hat die uns so lange genervt, bis meine Mama gesagt hat, okay, pass auf, wir gehen da hin. Und die mehr oder weniger gleichzeitig gesagt hat, okay, mach einen Termin mit denen. Und, ja, dann sind wir da hin und so. Und haben gesagt, dann bist du aber ruhig. Und sind da rein, dann haben wir so ein, zwei Fotos gemacht irgendwie. Und dann meinte die, ja, die hat recht. Und meine Mama so, ja, ich bezahle hier nichts. Und die so, nee, nee, alles gut. Also sie hat quasi tatsächlich eine Art Talent gesehen in dir. Irgendwie schon, ja. Krass. Keine Ahnung wie, aber irgendwie schon. Das ist ja ihr Job. Ja. Und dann ging das auch so langsam los. Dann kam die ersten, kannst du dich noch an was erinnern, so an die allerersten Sachen? Oder hast du das am Ende noch gesammelt? Habt ihr das auf DVD inzwischen? Ich habe die Fotos von damals noch, also bei der Eröffnung der Leipziger Allee habe ich irgendwie Werbefotos gemacht. Daran kann ich mich null erinnern. Da war ich vier, keine Ahnung. Haben wir offensichtlich gemacht. Habe ich gesehen. Ja. War so. Und dann mit, ich glaube es war fünf, habe ich den Anfang von so einem RTL-Krimi-Drama-Ding, die Kinderzeit von dem Hauptdarsteller gemacht. Und da hat sich meine Mutter, da hat sich meine Mutter erhängt. Also in dem Film. Ja. Und dann musste ich so, muss ich so. Wolltest du das noch dazu sagen? Ja, ich musste zwei Wochen so psychologische Hilfe in Anspruch nehmen und so, also weil das gesetzlich vorgeschrieben war irgendwie. Ach so, weil du schon so ein hartes Thema spielst? Ja. Musst du das auch als kleines Kind auch privat verarbeiten können? Genau, richtig. Da musste ich das machen, also irgendwie eine Woche vorher und zwei Wochen danach oder so. Und ich fand das so affig damals, weil ich habe das gesehen, die haben mir das gezeigt, die wurde da aufgehangen an so einem Ding und fertig. Für mich war das Thema geklärt. Und deshalb kann ich mich aber noch irgendwie daran erinnern, weil das irgendwie so, ja. Ja, okay, klar. Dann doch einschneidend war. Ach so interessant, dass man sich da doch so viel Mühe gibt, dass es dann auch für so ein Kind, das ist aber auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Finde ich gut, finde ich super, ja. Also für mich mit fünf habe ich damals gedacht, ich brauche es nicht. Jetzt mit 27 denke ich, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, genau. Es ist auch interessant, na klar. Ja, bei Wikipedia steht jetzt nicht so viel. Du hast mir vorhin schon gesagt, das ist eigentlich zu wenig, was bei Wikipedia steht. Tatsächlich steht da eigentlich nur was von Dinesthocker und Ritas Welt. Genau. Und das ist auch schon vorbei. Und dann steht da seitdem, so widmet er sich der Schule. Wie ging das mit Ritas Welt damals los? Wie alt warst du da? Das war wohl 99 laut Internet, kommt das hin? Oder habt ihr schon viel früher gedreht? Ja, so ganz genau bin ich mir dann nicht sicher. Ja, also ich höre alle möglichen Jahreszahlen da immer mal rumspucken, so wann das angefangen hat. Das Ding ist halt, wir haben die erste Folge, also den Piloten quasi von der ersten Staffel, haben wir, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher gedreht. Ah, okay, gut. Genau, das heißt, das verschwimmt alles so ein bisschen. Ja. Ich meine, ich wäre damals 6, 7 gewesen, vielleicht kurz vor 7, als ich angefangen habe. Also muss das so 97 gewesen sein. Und als es dann das erste Mal wirklich ausgestrahlt wurde, die erste Staffel, das wird dann so 99 gewesen sein. Wo dann kommt das hin? Kannst du dich denn da noch dran erinnern, an diesen Testpiloten? Ja. War das ja auch für dich, auch als kleiner Junge, schon etwas Größeres auf einmal? Ja, mega. Ja, ich bin damals zu dem Casting, hat meine, also die Frau von meiner Agentur, hat mich damals dahin gefahren, weil meine Mama nicht konnte. Und ich wusste damals schon, dass das irgendwie was Größeres ist und wollte unbedingt mal mit Gabi Köster zusammenspielen. Die kanntest du auch schon. Ich fand die damals cool, ja. Also ich finde sie heute auch noch cool. Das ist gut, das beruhigt mich. Also sie war damals ja wirklich, gerade bei RTL, schon 7 Tage 7 Köpfe war sie immer dabei und das war so ihre große aufkommende Fernsehzeit. Ja, genau. Und ich kannte sie halt irgendwie von irgendwo schon, aus dem Fernsehen wahrscheinlich. Und wollte unbedingt mit ihr spielen, fand das total cool und bin deshalb zu dem Casting auch hin und war da sehr fröhlich und hatte da mega Bock drauf und war dann super froh, als das geklappt hat. Und deshalb kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern, so an die ersten Folgen gerade auch. Wie war das denn für dich nach der ersten Ausstrahlung? Weil da warst du dann sicherlich, also du warst ja wirklich der kleine, süße Junge, den einfach jeder mochte in dieser Serie. Wie hat sich das im Privatleben dann wiedergespiegelt? Wie geht man damit um, weil das ja doch schon dann eine viel größere Popularität ist, als die Projekte vorher? Ja, es ging eigentlich. Also dadurch, dass ich das immer für mich wie ein Hobby gesehen habe, also ich war ein Kind, ich hatte da Bock drauf und deshalb habe ich das gemacht. Ja, genau. Und für mich war das immer, meine Freunde gehen Fußball spielen, ich mache halt das so. Und das war jetzt für mich nie so, dass ich gedacht habe, boah, ich bin jetzt im Fernsehen, das ist total cool oder so. Sondern ich bin für mich da auch immer ganz normal mit umgegangen, weil es für mich nie was anderes war, als der Kumpel, der Fußball spielen gegangen ist. Und deshalb... Aber für die Freunde doch wohl, oder nicht? Ja, aber es ging einigermaßen. Also so, meine Freunde, die haben sich natürlich dafür interessiert und haben das auch gesehen und fanden das auch cool. Und dann konnte man darüber reden und dann hatten die Fragen und dann habe ich denen die beantwortet. Und dann hat man ganz normal, dann ist man auf den Bolzplatz gegangen und hat Fußball gespielt, weil die haben gemerkt, dass ich nicht so... Ja, gut, klar. Das sind zwei Welten sozusagen, auch für dich gewesen. Ja, total. Wie viel Zeit hat das beansprucht, so eine Staffel? Es gab ja sehr viele Staffeln, inzwischen gibt es alles auf DVD. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele Staffeln, weißt du das? Fünf. Fünf, okay. Und wie lange hat man für eine produziert? Also ich war eigentlich immer die kompletten Sommerferien da, also die sechs Wochen durchgängig eigentlich, fast jeden Tag. Mit purer Freude auch und das war auch okay für dich? Ja, ja, das hat mir, wie gesagt, super viel Spaß gemacht. Und dann immer noch so, meine Erinnerung sagt mir, ein, zwei Monate, kann auch nur ein halber gewesen sein, so in die Schulzeit wieder rein, dann bis, immer bis kurz vor den Herbstferien dann... Also gehörte das auch mehrere Jahre fest zu deinem Leben dazu? Ja. Also eine Frage, die natürlich erstmal jeder wissen will, wie habt ihr euch alle verstanden? Also ich gehe davon aus, dass mit dir jeder gut umgegangen sein muss, aber ja, wie war damals der Kontakt und wie ist er heute zu diesen ganzen Leuten? Also zu der kompletten Belegschaft von Gysi über Rita, der Vater, wie ist der denn noch in der Serie? Horst. Genau, Horst. Ja. Also, ähm, damals war das für mich ziemlich cool. Das war wie eine zweite Familie. Also das komplette Set von, von den Requisiteuren, Maske, Kostüm, Regie, Ton, Licht, alle. Ähm, das war irgendwie für mich, ja, eine Familie. So, das waren auch alles Rheinländer, das waren alles irgendwie, die kamen alle da aus der Ecke. Das war alles relativ locker, so das Catering war super und ich war halt der kleine Junge dazwischen und mir ging's da eigentlich ganz gut. Und, äh, ja, ich hatte mit, ich hatte mit keinem irgendwie Probleme oder so. Ich fand's da immer super, dass, äh, es wurde nie so, was ich an anderen Sets erlebt hab, dass, dass die Schauspieler an einem Tisch saßen und die anderen an einem anderen Tisch und man sich irgendwie nicht unterhielt, sondern es war bunt gemischt, so beim Mittagessen oder so, da war völlig egal, wer wann wo saß und so. Und, äh, und jeder hat sich mit jedem irgendwie unterhalten und man hatte irgendwie Spaß zusammen, auch neben den Dreharbeiten so. Auch mit mir haben die sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr lustig. Dann hat sich, wenn man das so mal durchguckt, das wird ja immer wieder wiederholt, du kommst ja nie, wirst ja nie los, diese Serie jetzt bei RTL Plus. Man sieht ja schon, wie du wirklich erwachsen wirst, ne, bei Gabi Köster sieht man irgendwann so rote Haare, aber ansonsten ist eigentlich alles wie immer und du wächst da wirklich so langsam, so langsam auf. Ähm, war das für dich dann schwierig, als es da mal zu Ende war, nach den ganzen Jahren? Weil ich hab irgendwo gelesen, dass es auch gut war für dich. Ist das richtig? Ich hab das irgendwo, ich hab jetzt natürlich ein paar Artikel über dich durchgelesen, in irgendeinem Stand, kann ich gleich mal raussuchen sonst, dass du ganz froh warst, dass es dann zu Ende war. Das stimmt nicht, auf keinen Fall. Okay, also hättest du es gern weitergemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich hab damals, ähm, ähm, gesagt, dass wenn Ritas Welt irgendwann aufhört, dass ich dann erstmal aufhöre. Ich hatte sehr, sehr viele gute Ratgeber dabei, Ritas Welt, an dem Set, die mir gesagt haben, Marius, pass mal auf, mach erstmal eine anständige Schulausbildung, guck, dass du da irgendwie ein gutes Abi hinkriegst oder so, weil jetzt bist du klein und süß. Und mit 21, 22 weißt du nicht, ob du noch irgendwelche Aufträge kriegst, keine Ahnung. Und das war damals sehr gut für mich auch, ähm, weil das natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat auch. Und ich dann, äh, ja, in der Zeit natürlich in der Schule weniger aufgepasst hab und so ein bisschen schlechter geworden bin. Und, ähm, dann gesagt hab, dass ich alles andere erstmal abbreche und Ritas Welt aber so lange weitermache, wie's läuft. Und dann, ja, ich glaub, ein Jahr später hat's dann aufgehört. Aber das war für mich, ähm, eigentlich, ja, sehr, sehr schade. Also ich fand's super schade, die Leute nicht mehr wiederzusehen, da nicht mehr da zu sein. Das war der offizielle oder inoffizielle Grund gewesen. Waren dann einfach dann, wollten die Leute nicht mehr oder waren die Quoten, das lief doch immer noch, oder? Das lief wunderbar, also auch von den Quoten. Müsst ja auch nicht wiederholt werden. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, Gabi hat da in ihrem Buch ein bisschen was drüber geschrieben. In diesem, ähm, ein Schnuppen hätte auch gerechnet. Genau, ein Schnuppen hätte auch gerechnet. Das hab ich vor ein paar Jahren als Hörbuch gehört. Da hat sie aber vor allen Dingen auch gesagt, ähm, dass die Hygiene mit den ganzen Lebensmitteln ganz katastrophal war und so. Hast du da irgendwie Erinnerungen drauf oder war für dich immer alles frisch und lecker? Davon hab ich noch nie was mitbekommen. Also, es kann gut sein, aber ich hab da, ja, also ich mein, im Supermarkt hatte ich ja sowieso nicht so viel Auftrittszeit. Stimmt, ja. Ähm, das war ja relativ selten. Ich war meistens in der Wohnung und da war, also, ich mein, ich war zwischen 6 und 13, so. Ich hab da jetzt nicht so drauf geachtet. Aber das hast du ja im Buch erzählt. Ja, ja, genau, richtig, ja. Und darüber ist sie ja irgendwie mit den, also, ich kann's auch nur so wiedergeben, ich weiß es nicht ganz genau, irgendwie mit den Produzenten dann aneinander geraten und, äh, daraufhin ist dann eine neue Staffel irgendwie nicht zustande gekommen. Ganz genau weiß ich es aber auch nicht. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich hab, wie gesagt, nichts davon mitgekriegt. Es kam nur kein neuer Vertrag mehr, beziehungsweise. Ja, aber so muss es dann ja auch sein, ne, dass dich das nicht belastet. Ja, voll. Und irgendwann, wie ist dann der Kontakt geblieben? Und wie, was, also, ich kenn das ja selber, wenn man so eine Truppe verlässt oder so Kollegen, das verläuft sich ja nun mal. Eigentlich bleiben nur ein, zwei übrig. Welche sind das bei dir? Ja, ähm, es verlief sich relativ schnell, leider, ähm, damals, weil ich war 13, ne? So, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt mit einem 12-, 13-Jährigen abhängen würde und der wäre plötzlich aus meinem Leben raus, so, dann... Heute kann man das ja mit Facebook zumindest ab und zu mal schreiben mit den 13-Jährigen, dann wird es langsam brenzlig, ja. Aber wenn ich das heute betrachte, so, also, von der anderen Seite, ist es klar, dass relativ schnell der Kontakt abgebrochen ist. Und ich hatte, ähm, mit GRW, also, mit Bernie, der hat mir zwischendurch noch immer Weihnachtskarten geschrieben und so, über ein paar Jahre hinweg und das fand ich immer super cool. Aber, ähm, da ist der Kontakt relativ schnell abgebrochen und dann hatte ich jetzt bestimmt 10 Jahre, 12 Jahre keinen Kontakt zu niemandem von da. Ja, ähm, hab dann über Facebook den, ähm, den Uli Baumann, den Regisseur, mal wieder gefunden und hab den angeschrieben und einen Produzenten von damals, den Imra, hab ich mal angeschrieben und so. Aber viel mehr war da auch nicht. Und dann, ähm, hat RTL aktuell angerufen und wollten ein Interview mit mir und Franziska machen. Ah ja, war das ungefähr? In Berlin, das war Mitte des Jahres, also... Also dieses Jahr ist irgendwie dein... 16. ...Zurückkommeljahr. Ja, ja, genau, ist mein Comeback. Ja, es ist, es passt alles ganz gut mit, äh, mit dem, äh, mit dem Abschluss bei meiner Ausbildung jetzt. Ja, ja. Genau, und dann bin ich nach Berlin geflogen, hab sie wieder getroffen und das war mega cool. Ja, die hab ich auch schon mal interviewt. Hat super viel Spaß gemacht, ja, genau. Äh, und, äh, ein Kumpel von mir hat Gabis, äh, Gabis Agenten irgendwie angerufen, dass ich mein Abschlussstück spiele und dann ist sie zur Premiere von meinem Abschlussstück gekommen, ohne dass ich's wusste. Ach, letztes Jahr? Ja, ja, also, äh, 2016 Mitte, das war auch mega krass für mich so, weil ich, wir saßen auf der Bühne schon, als sie reinkam und ich seh sie und denk so, ist das Gabi? Und dann so, nee, das kann sie nicht sein und zum Glück hab ich diesen Gedanken so komplett weggedrückt, weil sonst hätt ich wahrscheinlich nicht mehr spielen können und, äh, danach war's, war total heftig. Also, dann hab ich mich noch ganz lange mit ihr unterhalten, mit ihr bin ich jetzt auch wieder in Kontakt, dann haben Kommilitonen von mir, von der Schauspielschule, haben zu meinem Abschluss Frank, also Horst, äh, irgendwie angeschrieben, der hat mir eine Videonachricht geschickt, mit dem hab ich auch schon wieder telefoniert. Ja, ist doch voll süß, oder? Also, dass, ja, quasi so eine Familie dann auch nicht, also, man verliert nicht das Interesse aneinander, auch wenn man sich Ewigkeit nicht sieht. Ja, genau, also, es ist total cool, also, gerade Franziska und Gabi, die, äh, mir in letzter Zeit, jetzt in dem letzten halben Jahr auch mega geholfen haben, also, gerade Franziska mit, äh, Männeragentur und so, sie hat, äh, da bei ihrer Agentur angefragt, ob die noch Platz haben und so und hat alle möglichen Leute gefragt und mir alle möglichen Türen aufgemacht und so und das war total cool, also, der bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja, ist ja auch zu Recht, weil du ja die Ausbildung gemacht hast, weil du festgestellt hast, dann auch wahrscheinlich in den Jahren, wenn ich zurück will in das Business, dann will ich's auch richtig können, ne? Genau. Dann soll auch irgendwie irgendwie eine Grundlage hinter sein. Ähm, wie hat sich das entwickelt, dieser Weg zurück dahin? Also, ist ja auch nicht ganz so einfach, man kommt ja über, also, ich kann mir vorstellen, dass es noch verschiedene Wege gab, die du hättest gehen können, die du gehen wolltest und jetzt bist du wieder vor der Kamera am liebsten. Ja, genau, ich hab, ähm, mein Abi dann gemacht, hab bis dahin so zwischendurch so ein bisschen Theater gespielt, weil ich Bock hatte irgendwie, in, in Wuppertal dann auch und, ähm, hab dann angefangen, Psychologie zu studieren, auch in Wuppertal. Mhm. Und hab dann nebenbei so ein bisschen versucht, äh, wieder in das Schauspielbusiness so ein bisschen reinzukommen, hab Leute angerufen, hab denen geschrieben und so, das hat aber alles nicht so wirklich funktioniert. Und dann hab ich irgendwann gesagt, okay. Ganz oder gar nicht? Ganz oder gar nicht. Und bin dann nach vier Semestern, ähm, zur, äh, also vier Semester Psychologie, dann nach Köln an die Theaterakademie Köln gegangen und hab da dann meine Schauspielausbildung angefangen und währenddessen natürlich dann viel Theater gespielt und viel gemacht und bis zuletzt jetzt vier Theater gespielt in Köln und, äh, in Neuwied am Landestheater Rheinland-Pfalz und so und jetzt zuletzt und, ja, die Liebe zur Kamera ist aber irgendwie immer geblieben und das ist eigentlich das, was ich machen will. Ja, das ist auch das, womit du aufgewachsen bist. Genau, richtig, ja. Viele sagen das ja andersrum, dass das Theater so deren Leben ist und bei dir ist es dann quasi so, dass du schon lieber vor der Kamera stehst als auf der, man findet ja auch mehr statt, ne, das kriegen ja mehr Leute mit. Vielleicht hängt das damit auch zu tun oder zusammen oder macht es einfach, ja, für dich mehr Spaß so ein Gefühl zu haben von, jetzt fahren wir da hin, jetzt nehmen wir da was auf und jetzt. Es ist, es ist eigentlich was ganz Einfaches, also Theaterarbeit macht mir super viel Spaß und, ähm, auch auf der Bühne stehen macht mir super viel Spaß, aber ich, mir wird relativ schnell langweilig, also langweilig ist das falsche Wort, äh, immer jeden Tag mit demselben Text auf die Bühne zu gehen, so. Also das in Neuwied haben wir 64 Mal in zwei Monaten gespielt und irgendwann war es halt so, boah, das war schlimmer als jeder Bürojob, so, weil im Büro machst du dieselben Aufgaben, da machst du jeden Tag dasselbe, original, so. Also wäre ein Musical gar nichts für dich? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte ja letzte Woche einen Hamburg Musical-Darsteller interviewt, von König der Löwen, ja. Und der macht, ähm, ja, jeden Tag eine Aufführung, am Wochenende zwei, seit fünf Jahren immer die drei gleichen Lieder, aber der hat das genau anders empfunden, ne, für den ist das quasi das, das Nonplusultra da jeden Abend Gas geben zu können, ähm, das ist halt so wie für jeden, ne, unterschiedlich. Ja, total. Aber ich kann das verstehen, weil die erste Frage war von mir tatsächlich auch, macht das denn noch Spaß, immer das Gleiche zu machen, ne, und das ist natürlich im Musical noch viel, viel krasser. Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss so die Liebe zum Theater oder zum Musical irgendwie haben und es gibt viele Schauspieler, die das haben, die da richtig Bock drauf haben und für die das überhaupt kein Problem ist, also die, mit denen ich da gespielt hab, für die war das total cool teilweise. Also die fanden das gut so und die hätten auch noch mehr gespielt, aber mir wurde das dann schon relativ schnell dann irgendwie, weiß auch nicht. Und das, beim Film und Fernsehen ist das halt anders, ne. Um Fuß wieder reinzukriegen, um Routine zu sammeln, ist doch Theater schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du nebenbei immer schön machen, ne. Wie gesagt, ich mach's ja auch gerne, ne, also es ist nichts, wo ich sage, boah, Theaterarbeit macht mir gar keinen Spaß, so. Ich hab jetzt auch in Köln was Freieres gespielt, ein bisschen, also ein bisschen was Moderneres mit dem Analogtheater und das war super, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Das waren dann zehn Aufführungen, ne, das war dann auch super und so, sowas mach ich super gerne. Aber irgendwie Film und Fernsehen ist halt, wie gesagt, das, womit ich aufgewachsen bin und das macht mir irgendwie noch mehr Spaß. Und was hast du da in den letzten Jahren gemacht? Ist das, gab's da irgendwas, wo man dich sehen kann? Nee, eigentlich nicht. Also ich hab mich während der Ausbildung, hab ich mich extra auch sehr auf die Ausbildung konzentriert, weil ich die komplett mitnehmen wollte und alles lernen wollte, was geht irgendwie und mich so weit weiterentwickeln wollte, wie ich kann. Und dann hab ich danach erst wieder richtig angefangen, nach Sachen zu suchen und vor allem eine Agentur zu finden dann, ne. Das ist ja das Wichtige gerade dabei. Ja, ist auch schwer, ne. Da hat das vor allem die Richtige zu finden. Also es gibt ja viele Schauspieler, die wechseln, auch alle zwei, drei Jahre. Aber für die Agentur ist es auch nicht so leicht, immer da die Aufträge zu finden. Da ist ja so ein gewisser Erfolgsdruck auch gegeben, wenn man so einen Klienten dann hat. Wie oft war das jetzt in deiner Ausbildung so, dass du da auf Ritas Welt angesprochen, reduziert wurdest? Ist das immer so ein Türöffner gewesen über all die Jahre, wenigstens so ein bisschen? Ja, das auf jeden Fall. Also ich hab mal mit einem Caster gesprochen in Köln. Der hat immer gesagt, Marius, das ist jetzt so lange her, dass an sich, was du da gemacht hast, es interessiert keinen mehr. Aber du startest von null, aber von der Pole Position. Weil die Leute wissen, du bist damit aufgewachsen, du weißt, wie man sich vor einer Kamera bewegt, du weißt, wie man damit umgeht. Und das ist die Hauptsache am Anfang gerade, dass Leute dich auch buchen. Und dass Leute dich auch buchen, ohne dass sie so viel von dir gesehen haben. Das von damals kann man ja nicht als Referenz nehmen für die Schauspielerei. Genau, richtig. Du hast ja ein Kind und hast das aus Spaß gemacht und heute weißt du besser, wie es geht. Aber gerade der Umgang damit ist halt voll wichtig im Fernsehen, sondern dass man natürlich ist, dass man da irgendwie vor der Kamera weiß, wie man sich bewegt, nicht da reinguckt, Markierungen trifft, also ein Quatsch. Wie war das damals denn? Hast du das oft falsch gemacht automatisch? Gab es da viele Sachen, an die du dich noch erinnerst, was nicht so gut gelaufen ist, was dann an dir halt lag, an dem kleinen Kind, was nun mal so ist? Bei Ritas Welt ging es eigentlich. Also da war es relativ locker. Also da habe ich nicht viel anderes gespielt, als ich im wahren Leben auch machen würde. Also von dem Charakter her schon, aber so von den normalen Tagesabläufen. Das war eine normale Wohnung und ich bin da durchgelaufen. Und wenn ich in das Zimmer rein wollte, dann war das mehr oder weniger dasselbe wie zu Hause. Da gab es nicht so viel falsch zu machen. Ich habe einmal, habe ich meinen Text nicht richtig gelernt und da war ich sehr ehrgeizig und habe dann total angefangen zu weinen, weil ich von mir selber so enttäuscht war. Ach, boah, schon. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, dann hat Uli mich zur Seite genommen damals und ist mit mir in mein Zimmer in der Wohnung gegangen und hat dann mit mir zusammen den Text gelernt und mich beruhigt und so. Und ich war einfach damals total fertig, weil ich von mir selber so enttäuscht war. Ja, das ist süß. Ja, das sind so Sachen, an die man erinnert sich dann doch. Vor allem an diese tröste Situation wahrscheinlich. War das eigentlich alles ausschließlich in einem Studio? Der Pilot nicht. Ach, der Pilot nicht. Alles andere schon. Ist der Pilot auch in die Serie integriert worden? Ja, das war die erste Folge, die erste Staffel quasi. Ja, genau. Das war noch ein echter Supermarkt, der umdekoriert wurde. Und das war noch eine echte Wohnung, weil man da natürlich erstmal ausprobiert hat und guckt, wie es ankommt und so. Und dann ab der zweiten Folge wurde dann das Studio aufgebaut und dann war es komplett Studio. Also sowohl Supermarkt als auch die Wohnung. Wann hast du dir zuletzt was davon angeguckt? Keine Sorge, ich mache jetzt keine DVD an. Soweit ist es nicht. Aber hast du selber was da? Hast du diese, es gibt ja so eine Komplettbox inzwischen. Ja, die habe ich mir gekauft. Gekauft? Die musste ich mir kaufen. Die musste er sich selber kaufen, Leute. Wieso schickt dir denn keiner? Weil du verschwunden warst. Vielleicht. Also ich habe noch die erste und die zweite Staffel auf DVD kamen noch raus, als Ritas Welt noch lief. Ich glaube, es war ganz am Ende der fünften Staffel oder so. Da haben wir dir noch geschenkt gekriegt. Meine erste DVD habe ich 2002 gekriegt. Das kommt hin. Ja, irgendwie sowas. Und die Komplettbox habe ich mir dann irgendwann gekauft, weil als ich mit Psychologie angefangen habe, habe ich, wie gesagt, mit ein paar Leuten Kontakt gehabt. Und die meinten, ich sollte mal so ein paar Szenen zusammenschneiden von Ritas Welt für die. Und dann bin ich zu Saturn gegangen und habe mir da die Komplettbox gekauft. Voll süß. Und fand das ein bisschen, fand das super lustig, da an der Kasse zu stehen mit der Box, wo mein Gesicht drauf ist. Ja. Das ist auch inkognito davongekommen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du noch ein paar Mal gekauft, hast ein Autogramm drauf gemacht, bei Ebay verkauft wieder und hast du monatelang so durchgezogen. Nein. Wann hast du dein letztes Autogramm gegeben? Mein letztes Autogramm? Oh, das ist gar nicht so lange her. Letztens. Ach genau, für irgendeinen Wettbewerb von einer Freundin von der Schule, keine Ahnung, die haben irgendwann so einen Wettbewerb gemacht und eine Aufgabe war, besorgen ein Autogramm für dein Team von einem Schauspieler. Und dann hat sie mich einfach angerufen und meinte so, Marius, kannst du mir mal eben eine Autogrammkarte vorüber schicken? Ja. Und ja, es war für sie dann relativ easy, für die anderen nicht so, also für die anderen Teams. Sie meinte, sie wäre irgendwie das einzige Team gewesen, die diese Punkte für diese Aufgabe gekriegt haben. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich eins geschrieben habe. Du hast jetzt ja auch eine Facebook-Seite, wo man dich auch liken kann. Kriegst du, was sind das für Leute, die dir schreiben? Was sind da für Menschen, die gezielt, das ist ja immer auch so ein bisschen ein Nischenprodukt nach dir dann zu suchen, man muss sich ja sehr dafür interessieren, was macht der Junge jetzt heute? Was sind das für Nachrichten, die da so auf dich einprasseln manchmal? Ähm. Außer, weil du dir sagen, was machst du eigentlich heute? Also sind das immer nette Sachen? Ja, eigentlich schon. Also alle Leute, die mir da bis jetzt geschrieben haben, waren super nett, wollten irgendwas wissen, genau, was mache ich heute, was ist so los und wie geht es mir so und so. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich habe auch allen geantwortet. Ich hoffe. Ja. Sonst schreibt mir doch mal. Ja. Ist es dann so, wenn man eine Antwort schickt, dass man dann direkt wieder eine Antwort bekommt? Ist das nicht dann so ein Ping-Pong-Effekt, der sich einstellt? Ja, ich habe mit ein paar Leuten auch schon gechattet, dann über die Seite. Ah ja. Genau. So ein bisschen wie wir. Ja, wir haben auch die ganzen Wochen lang über die Seite gechatten, jetzt ist er endlich nach Hause gekommen zu mir. Du hast ja gesehen, wir haben bei Facebook einige Fragen. Ich lese dir die jetzt alle vor. Du konntest ja netterweise auch schon vorher mal dir das durchlesen. Aber ich lese dir jetzt einfach kommentarlos hier so vor. Und Sascha Brune hat erst mal geschrieben, ein interessanter Gast. Danke. Und jetzt schreibt er, da haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie Gabi Köster in ihrem Buch ein bisschen enthüllte, lief es bei den Dreharbeiten nicht alles harmonisch ab, besonders in den letzten Staffeln. Die Frage ist, wie du das empfunden hast und mitbekommen hast. Die Antwort ist im Prinzip gar nicht, ne? Genau, also ich habe es gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, für mich war es damals auch echt ein Hobby, was mir super viel Spaß gemacht hat, auch nebenbei. Die waren alle super lieb zu mir. Ich durfte da das erste Mal Auto fahren. Ich habe mich an Steuer, das Porsche Cayenne von Uli gesetzt, also auf seinen Schoß damals mit sieben, acht. Da war der ganz neu raus und durfte lenken und so. Es gab diese eine Folge, wo wir Schumann mit so einer Wasserpistole vollgespritzt haben, mit allem Möglichen. Und das haben die umgebaut mit Druckluft und so. Dann haben wir auf dem Parkplatz mit Wasser damit rumgeschossen, 30, 40 Meter weit. Das sind so die Sachen, an die man sich dann sehr, sehr, sehr erinnert. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich, ja. Also für mich war das immer alles super. Ich hatte mit dem Catering immer sehr viel Spaß. Die haben Sachen für mich gekauft. Der Schumann ist ja wirklich ein wahnsinnig netter Mensch in Wirklichkeit. Sein Gesicht ist ja perfekt für den Bösewicht, aber eigentlich ist er ein wahnsinnig toller Typ. Damals dann auch zu dir gewesen. Ja, total, total. Also ich fand ihn damals auch super. Zu ihm habe ich leider keinen Kontakt mehr. Vielleicht schafft man das in den nächsten Monaten mal. Also ich bin zu den anderen auch gerade unterwegs so ein bisschen. Deshalb auf jeden Fall. Ich habe letztens bei irgendeinem Portal, da gab es so Coachings zu verschenken irgendwie über Weihnachten oder so. Und da habe ich ein Coaching von ihm geschenkt gekriegt. Das fand ich super. Das habe ich mir erst mal angehört und dachte so, cool, dass er das jetzt auch macht. Ja, genau. Das macht er. Und auch macht er sehr, sehr gut. Also er kann auch sehr gut Sprache analysieren und hat auch so Sachen über Mobbing und so in Firmen veröffentlicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Hast du mit Gabi Köster jetzt auch regelmäßig Kontakt seither? Hast du sie in WhatsApp? Ja. Also mit ihr habe ich zwischendurch immer mal wieder Kontakt zu beschreiben. Zwischendurch immer wieder mit Franziska auch und mit Frank eigentlich auch. Also das ist... Wie hast du eigentlich damals das miterlebt, als Gabi Köster war ja lange komplett weg von der Bildfläche. Man wusste ja gar nicht, ob sie wieder zurückkommt. Und auf einmal war dann klar, was sie hatte. Und dann war sie ja auch bei Stern TV, hast du das damals auch gesehen. Wie hast du das so... Mit welchem Interesse verfolgt man das, wenn man diese Person eigentlich gut kennt, aber auch schon lange keinen Kontakt mehr hat, aber sie ja eigentlich auch so familiär noch im Herzen hat. Ja, also zu der Zeit hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu ihr. Und das war eine fiese Zeit. Also als ich das gehört habe, dass irgendwas mit ihr ist, habe ich noch versucht, irgendwie was rauszufinden, aber keine Chance gehabt, sie war dann nicht da und so. Und dann habe ich mir, ach, über die zwei Jahre, die sie weg war, jede, keine Ahnung, Frauenzeitschrift, Klatschzeitschrift gekauft, wo irgendwas drin stand. Also warst du durchgehend interessiert an der ganzen Zeit? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann kam heraus, was sie hatte und das soweit das auf dem Weg der Besserung ist. Und dann war sie bei Stern TV und ich weiß noch, da habe ich vorm Fernseher gesessen. Und als sie reinkam, musste ich das ausmachen. Das war sehr komischer, sehr wahnsinnig trauriger Moment. Es war für mich total schlimm, sie so zu sehen. Ich habe mega angefangen zu weinen, dann habe ich das direkt ausgemacht, weil ich wusste, ich kann das so nicht sehen. Weil das ist für mich, sie ist für mich immer noch irgendwie wie eine zweite Mutter. Also das, so viele Sachen in meiner Kindheit, wo sie daran beteiligt ist und die sie miterlebt hat. So meine Versetzung erst in die zweite Klasse, wo ich damals total gefeiert geworden bin auf dem Set, weil ich reingegangen bin und meinte, ich bin versetzt, ich bin versetzt. Und alle mich mega gefeiert haben und so. Und das ist irgendwie sowas, sowas familiäres, dass das für mich halt wirklich, also heftig war. Und ich bin froh, jetzt Kontakt wieder mit ihr zu haben und mit ihr schreiben und coachen zu können. Aber vergleichst du damals, das ist ja auch bei RTL öfter wieder zu sehen. Also das ist ja wirklich ein Fortschritt auch jetzt zu merken. Sie kann jetzt ja viel besser sprechen wieder und ist so wieder. Also geistig war sie ja immer da, aber man merkt halt, dass es nicht schafft, so richtig am Anfang das so rüberzubringen. Das wirkte sehr, sehr beschwerlich und das hat sich ja zum Glück wirklich verändert. Ja, zum Glück. Also es wird stetig besser. So alles. Und das ist super. Und natürlich ist nach so einer Krankheit ist man erstmal. Aber krass, ne? Ja. So ein Schlagabfall. Also das ist schon, ja, kann man sich nicht vorstellen. Okay, Frage 2, Zeit für Frage 2 von Olli Lehmann. Der hat erstmal geschrieben, jetzt ernsthaft, wow, das ist ja mal ein Kracher. Ja. Seine Frage war, habt ihr in der Serie wirklich das Essen gegessen? So, ich nehme an, der meint damit, wenn es mal was zu essen gab, ob ihr dann immer alles aufgegessen habt am Frühstückstisch. Ich weiß nicht, wie das sonst gemeint sein könnte. Also es gibt, da gibt es eine lustige Anekdote von mir. Ah, sehr gut, okay. Ich lese mich zurück. Und zwar gab es so einen Drehtag, da ging es um Frikadellen. Frikadellen vom Konkurrenz-Supermarkt irgendwie und dann, dass wir die besten Frikadellen hatten und dann mussten wir die irgendwie probieren. Und irgendwas war in dieser Szene ganz kompliziert und irgendwer hat sich immer versprochen. Ich weiß nicht mehr, wer es war und ich glaube, wir haben das 10, 15 Mal. Ach so, haben wir die ganze Zeit Frikadellen gegessen? Ja, und ich musste immer in eine Frikadelle reinbeißen und die waren wirklich extrem lecker. Und wir haben das bestimmt 10, 15 Mal aufgenommen oder so. Und die ersten 5, 6 habe ich halt wirklich komplett gegessen, weil ich dachte immer so, boah, die sind so lecker. Die kann ich ja jetzt nicht wegschmeißen und die kann ich ja nicht wegtun. Das wäre ja voll die Verschwendung. Also habe ich die immer gegessen. Und dann haben wir nach 6, 7 Takes irgendwie erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht, weil mir ganz schön schlecht war. Ja, cool. Ja, aber so 7 Frikadellen am Stück gegessen. Und dann bin ich so 3, 4 Mal um den Block gegangen irgendwie und dann ging es auch. Ah, super, super. Und dann konnte es auch weiter machen. Kannst du die Verbrauchung anregen und dann geht es weiter. Und dann habe ich auch immer nur einmal reingebissen. Aber ja, also ich habe meistens alles gegessen. Okay, ja, dann hat er noch gefragt, hast du gern bei der Serie mitgemacht? Ich beantworte das mal für dich. Ja, natürlich. Oh ja. Toni Schmidt hat geschrieben, ist er vom Kinderdarsteller auch zum Schauspieler geworden oder hat er einen anderen Weg eingestangen? Das haben wir komplett beantwortet. Genau. Lassen wir mal weg. Ludger Brinkmann hat geschrieben, war die Serie ein Segen oder ein Fluch? Was für eine dramatische Frage. War sie denn jemals ein Fluch? Also das ist eine interessante Frage. Gab es irgendwann mal etwas, was schiefgelaufen ist oder was eine negative Situation war, weil du der junge Ausrichter der Welt bist? Nee, eigentlich nicht. Also so die Sachen, die immer passieren irgendwie. Also ich bin mal irgendwann in der Stadt von so ein paar Mädels verfolgt worden, die dann die ganze Zeit hinter mir hergelaufen sind. Und dann sind wir in... Was für eine Scheißsituation. Ja, manchmal, wenn man so in der Stadt ist einfach, dann will man auch einfach mal in der Stadt sein. Und dann habe ich mich in der Umkleidekabine von einer Freundin von dem Laden irgendwie, habe ich mich dann versteckt, bis sie weg waren und so. So Sachen, die waren dann mal irgendwie in dem Moment ein bisschen unangenehm, aber auch nichts Schlimmes. Das könnte jetzt ja immer wieder passieren. Gerade wenn du jetzt wieder zurück willst ins... Dann ist ja... Gerade wenn du sagst Fernsehen. Viele gucken jetzt nicht mehr so viel Fernsehen, von meinen Freunden ganz wenige, aber es gucken ja noch viele Millionen Leute Fernsehen. Das wird dann ja wieder so werden. Das ist für dich auch okay. Das ist völlig in Ordnung. Klar, also die meisten Leute, mit denen quatsch man auch gerne hier... Wie heißt der von... Was guckst du? Kayajana. Kayajana, genau. Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich Kayajana ist. Kayajana, der hat es mal ganz gut gesagt. Er sagt, 99 Prozent seiner Fans sind super. Die kommen zu ihm und sagen, Kayajana, wie geht's dir? Quatsch mit dem, lass mal ein Bier trinken. Und ein Prozent sagt halt immer, was guckst du? Okay, sehr gut. Und das war damals halt auch so. Die Leute, die mir irgendwie Rita Rita hinterhergerufen haben, die waren halt immer so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Die Leute, die ganz normal kommen und sagen, ey, bist du nicht der? Und wie ging's dir da? Und alles cool? Dann ist das doch wunderbar. Also, wieso nicht? Wieso sollte man nicht mit Leuten quatschen? Ja, also wenn ich jetzt... Also hier in der Straße ist ja ein Lidl. Da geh ich gerne abends hin, weil dann wenig Leute da sind. Und dann hab ich jetzt auch nicht unbedingt Smoking an. Wenn ich mir vorstelle, dass dann immer jemand kommt, also ich weiß nicht, ich bin doch gerne so ein bisschen zurückgezogen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ja so eine Gemütssache. Also bei mir ist das so, ich sage immer, also zu meinen Leuten sage ich immer, wenn ich irgendwann berühmt bin, ich werde nicht aufhören, samstags oder sonntags morgens im Jogginganzug zum Bäcker zu gehen. Okay, gut, das ist klar. Weil das ist irgendwie... Wenn es da schon tausend Fotos dann gibt, dann wird dich auch keiner mehr fotografieren. Ja, aber selbst wenn sie mich fotografieren und sagen, wow, das ist total uncool, dann... Also wer von uns läuft nicht im Jogginganzug? Ja, nee, ich... Gerne. Ja, aber da möchte man... Also ich bin da in so einem Tunnel, da möchte ich da auf keinen Fall angesprochen werden. Es gibt mal eine Situation. Okay, weitere Frage von ihm, Ludger. Wirst du heute anders behandelt als damals? Ja, also ich war damals halt ein Kind, ne? Heute, wenn ich heute Schauspielsachen mache, wird natürlich auch viel mehr von mir erwartet. Und das wird mehr kritisiert. Ja, und das ist gut so. Ja, genau. Vor allem, weil ich will ja auch dazulernen und ich will ja auch weiterkommen, auch in dieser Kunstform irgendwie. Und deshalb bin ich froh darüber, dass ich anders behandelt werde, als ich als Kind behandelt wurde. Daniel Mais, das haben wir eben quasi auch, das war diese Krankheit von Gabi Köster, das haben wir komplett beantwortet. Schon sehr gut, wir haben Sachen komplett beantwortet. Andreas Lehmann hat geschrieben, gibt es auch unangenehme Nachwirkungen? In diesem Alter muss es auch seltsam sein, dass einen so viele Leute kennen. Dann hast du im Prinzip auch schon gesagt, war alles schön. Es gab noch eine unangenehme Nachwirkung, in Anführungsstrichen. Mit 13 hatte ich das erste Mal Sommerferien. Weil ich habe mit sechs angefangen und da bin ich gerade in die Schule gekommen. Und mit 13 hatte ich das erste Mal Sommerferien und ich hatte absolut keine Ahnung, was man machen soll. Ich saß sechs Wochen da und war so... Und das erste Jahr, wo es dann zu Ende war, da vermisst man ja eigentlich, sagt auch er, das war es sonst. Ja, natürlich. Ja, vor allem, ich hatte halt sechs Wochen lang immer zu tun, fast jeden Tag irgendwie und hatte da Spaß dran und es war cool. Und ich wusste so gar nicht genau, was macht man in sechs Wochen Freizeit irgendwie. Und da bin ich mal schwimmen gegangen und habe meine Freunde angerufen und meinte so, ey Leute, was macht ihr sechs Wochen lang? Ja, gut, das sind natürlich Probleme, die haben normale Leute nicht. David Ames hat geschrieben, ich habe keine spezielle Frage, aber freue mich, was er zu erzählen hat und wie er sich heute anhört. Oh ja. Ein Foto stellen wir ja dazu, das sieht man ja sowieso, hast du ja auch schon selber kommentiert. Man sieht ja, wie du aussiehst, wie du dich anhörst. Ja, ich weiß gar nicht, schon wie ein normaler Mann halt. Ja, ich hoffe, ich weiß, meine Stimme ist ein bisschen hoch eigentlich, also für eine Männerstimme, aber ich kann auch tiefer reden. Wir können uns ein bisschen Mühe geben. Ich habe das vier Jahre studiert, ich muss eigentlich besser reden können. Ja, genau, da rede ich wie so ein Sprecher. Hallo, wie geht es dir? CF von Massengeschmack hat geschrieben, wie anstrengend waren die Dreharbeiten, Schule und Freizeit zu koordinieren. Aber die wichtige Frage ist eigentlich von ihm, gab es jemanden, der dir dabei half? Eine Art Manager, hat er geschrieben. War da quasi jemand rund um die Uhr nur für dich dabei, ein Betreuer? Ja, ich hatte eine Betreuung, die eigentlich immer dabei war, die halt immer so ein bisschen darauf geachtet hat, dass es mir gut ging, in Anführungsstrichen, beziehungsweise gerade in der Schulzeit darauf geachtet hat, dass ich meine Hausaufgaben mache, mir da geholfen hat und geguckt hat, dass da nichts dazwischen kommt. Wir haben teilweise dann eine halbe Stunde Pause gemacht, weil ich meine Matheaufgaben noch nicht fertig hatte. Und da war die dann für zuständig, zu sagen, pass mal auf Jungs, wir müssen jetzt erstmal eine andere Einstellung drehen, wenn ihr weitermachen wollt. Aber du solltest wahrscheinlich auch sowieso gar nicht so viel drehen, oder? Genau. Wie viele Stunden waren das? Keine Ahnung. Ich weiß, es gab eine gewisse Anzahl und ich weiß, 98 Prozent davon waren von Ritas Welt belegt, von dieser Drehzeit, die ich hatte als Kind. Und es wurde von Jahr zu Jahr ja mehr, also je älter man wird, umso mehr Drehzeit kriegt man. Und deshalb wurde es in der Serie bei mir auch immer mehr, aber es war immer so, dass 98 Prozent davon von Ritas Welt irgendwie belegt waren. Und ich hatte da jetzt sonst, also nur am Set halt, diese Betreuung, was super war. Nina hieß sie. Nina, da guckt er ganz schmächtig nach oben. Vielleicht solltest du die auch nochmal suchen. Ja, die will ich suchen, aber ich weiß ihren Nachnamen leider nicht mehr. Vielleicht weiß er nicht irgendjemand anders noch. Hoffentlich. Da steht sie, das wird wahrscheinlich nirgendwo gelistet sein. Nee, ich habe nichts gefunden. Nein, mal gucken. Genau, und ansonsten, so in Schule und Freizeit, da musste ich dann halt durch. Und wie gesagt, das war ja mein Hobby und mein Freizeitprogramm. Also hättest du ja auch nichts anderes ausgesucht. Nee, auf keinen Fall. Das sind bei Kindern immer eine ganz kritische, da kommen ja direkt viele, die da jetzt noch eine kritische Frage stellen. Will der Kleine das denn auch? Will der das denn auch noch in der zweiten Staffel? Meine Mama hat immer gesagt, wenn du keinen Bock mehr darauf hast, hören wir auf. So, und das war bei anderen Sets war das so, sodass ich dann meinen Vertrag von der einen Staffel erfüllt habe und dann gesagt habe, nee, das ist es irgendwie nicht und das macht mir hier nicht so viel Spaß. Also, sag mal, eine Frage, weil man als Kind das macht und ja Geld dafür bekommt, was machen die Eltern dann damit? Legen die das für dich an und bist du damit quasi auch, ist das in der Lage, dann deine Ausbildung später zu finanzieren oder wie wurde das so bei euch geregelt? Ich will ja keine Summen hören, ich will ja verstehen, wie man sowas macht. Also, meine Eltern hätten, glaube ich, einen Teil auch an die Finanzierung des Hauses gesteckt. Nee, meine Mama hat das komplett angelegt für mich. Tatsächlich? Immer? Ja, genau. Das ging alles komplett immer irgendwo hin und das war damals, wir hatten eine super Sparkassenberaterin damals, die uns da immer geholfen hat und dann haben wir das alles angelegt und dann war das fest, bis ich, ich glaube, bis ich 18 war oder so und dann habe ich es danach nochmal festgemacht, bis ich 21 war. Und ich durfte mir immer, einmal im Jahr durfte ich mir irgendwas kaufen für mich so, irgendwas, was sonst nicht ging so. Und dann war das, das eine Jahr war das die Playstation 2 direkt in der ersten Woche für, ich weiß nicht, 800 Mark oder so, völlig übertrieben. Jetzt kommt bald die neue Nintendo-Konsole raus, vielleicht kannst du deine Eltern nochmal fragen. Kann ich nochmal fragen. Ja, und das war auch super, weil ich konnte davon viel machen, so mir dann, keine Ahnung, mein erstes Auto, ach nee, das habe ich davon gar nicht bezahlt, mein zweites Auto habe ich davon bezahlt. Ah ja, also warst du durchaus eine größere Summe, die du da bist. Ja, es war ein Gebrauchtauto so, aber und also Sachen und ich habe halt meine Ausbildung dadurch finanziert und das hat sehr, sehr gut gepasst und es war wunderbar, weil ich mich wirklich auf diese Schauspielausbildung an der Theaterakademie konzentrieren konnte, was sehr wichtig war, weil viele von meinen Leuten, die da mitstudiert haben, die müssen so viel arbeiten. Ja, das glaube ich. So nebenbei. Und das ist echt schwierig, das ist nicht einfach und ich war immer sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass ich das Geld hatte und es dafür einsetzen konnte und dadurch mich darauf konzentrieren konnte und nebenbei noch andere Sachen machen konnte, die mir Spaß gemacht haben. Und das ist quasi wirklich dann, dich dem 100% widmen, eher noch andere Theatersachen oder so machen, aber muss es jetzt nicht in der Kneipe abends noch stehen. Ja. Noch stehen, ja. Jan Lukas, so ein Freund von mir aus Dortmund, der hat geschrieben, bei Kevin Lorenz, das war ja wohl der Azubi da in dem Laden. Ja, in den ersten Staffeln, ja. Er hieß eine Zeit lang, er wäre beim Autounfall gestorben, inzwischen steht das nicht mehr bei Wikipedia. Weißt du, was aus dem geworden ist? Er ist wohl auch schwer zu googeln, so ein Name ist nicht so markant. Ja, ich habe keinen Kontakt zu ihm, keine Ahnung. Ich habe das auch damals gelesen, fand es damals super traurig, aber habe auch gesehen, dass es gelöscht wurde, habe letztens nämlich nochmal an ihn gedacht, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer hat von ihm erzählt. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und habe es dann nochmal gegoogelt und habe so ein, zwei, also wenn man den Namen googelt, irgendwie so Traueranzeigen gefunden, die passten aber alle nicht zu ihm. Ja, genau. Und das ist jetzt ganz dubios. Wahrscheinlich kann durch sowas natürlich das auch schnell entstehen, also dann, wenn jemand ähnlich heißt. Ja, habe dann eine Internetseite von ihm gesucht, die gibt es aber irgendwie auch nicht oder so. Also gab es eine auf den Namen, aber ich glaube nicht, dass er das ist, deshalb keine Ahnung. Weiß keiner, der ist verschwunden. Ja. Okay, ja und Dominik, mein Arbeitskollege, der hat nämlich geschrieben, weil er auch aus Wuppertal kommt, wie du auch, das darf man ja sagen, ich habe ja jetzt keine Straße dazu genannt. Wer hat gesagt, würdest du zustimmen, dass Elberfeld das Manhattan von Wuppertal ist? Das Manhattan von Wuppertal? So Dominik, ich habe es gefragt, hier ist die Antwort. Ja, vom Prinzip her schon. Vom Prinzip her schon. Muss man als Elberfelder dann, als Wahl-Elberfelder dann immer kurz sagen. Weil irgendwie kommen alle aus Elberfeld. Ja genau, das ist es halt, alle kommen aus Elberfeld oder drumherum, aber drumherum ist halt eher ländlich so. Also wenn man den Berg hoch, rechts und links fährt, dann so Kronberg, Ronsdorf und so. Ja, ich fahre ja immer durch, das ist ja über die A46, wenn ich nach Hamburg fahre, komme ich ja nicht drumherum. Ich muss da ja lang fahren, das ist ein richtig langes Stück. Morgens auch immer Stau, zum Glück muss ich da nicht sonst lang. Da ist auch eine lange Baustelle, dann wird es zweispurig. Ich habe mit Wuppertal, die Schwebebahn ist schön, ne? Ja. Bist du eigentlich geboren auf Wuppertal? Nein, ich bin ursprünglich Leverkusener. Oha, dann bist du ja nicht so weit weg. Ja, bin da auch aufgewachsen und so und das war mit Köln dann auch immer super mit den Dreharbeiten. Ja, richtig. Und dann sind wir irgendwann nach Wuppertal gezogen und dann habe ich da angefangen zu studieren und dann bin ich da halt wohnen geblieben. Ja, meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass du sowieso hier in NRW, wo ja sehr viel Medien, Sachen abgehen, warst, dass das jetzt nicht so immer Thema war, dass du das spielst? Also ich komme ja halt vom Land aus Norddeutschland, da wäre es jeden Tag Thema gewesen, wenn ich der kleine Junge aus Rieters Welt gewesen wäre, aber ich hatte keine blonden Haare. Daran ist es bestimmt gescheitert und ich war schon älter als du. Das hängt damit zusammen, dass es hier einfach völlig normal ist, wenn man durch Köln fährt, da ist ja immer überall eine Kamera, ist man das gewöhnter als ich? Ja, kann gut sein. Also man hat vielleicht viel mehr Berührungspunkte damit und hat irgendwie einen Verwandten oder Freund oder so, der auch irgendwie in der Branche arbeitet oder irgendwie da tätig ist oder so. Das kann schon gut sein, ja. Wie geht es jetzt für dich weiter? Du hast jetzt gesagt, das Jahr hier ist jetzt irgendwie so dein Comeback-Jahr geworden. Was ja ganz gut ist, guck mal, du hast die Ausbildung jetzt fertig, du hast auch wieder Bock, offensichtlich. Ja, sehr. Du fährst sogar zu den Interviewpartnern nach Hause und hast mit Gabi Köster wieder Kontakt, du bist in einer Agentur. Die Leute wollen wieder Interviews von dir, auch andere, nicht nur ich. Wie geht das jetzt weiter? Ja, 2017 ist jetzt so ein bisschen so das spannende Jahr, sag ich mal. Ja. Weil jetzt geht es so richtig los. Jetzt zeigt sich, ob das alles klappt. Ja, nach der Ausbildung, das ganze Theater, die Theatersachen, die ich gemacht habe, waren super stark, mega gut, hat mir mega geholfen. Aber jetzt so seit 2017 ist das alles so ein bisschen mehr oder weniger abgespielt. Mhm. Und jetzt mal gucken, was jetzt so kommt. Also ich habe so ein, zwei Angebote gekriegt während der Theaterzeit schon. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was so wird. Also ich hoffe, dass jetzt halt wieder was kommt und dass das Comeback irgendwie kommt und dass man irgendwie wieder da reinschlittern kann. Ja, man muss natürlich erstmal so mit Castings anfangen. Genau, richtig, ja. Gibt es so Serien, wo du sagst, das wird mir Spaß machen? Oder so Charaktere? Du bist ja, ich glaube, du kannst böse gucken, aber du kannst auch wahnsinnig goldig gucken. Da ist, glaube ich, noch mehr Facettenreichtum möglich. Was sind so Charaktere, wo du sagst, das macht Spaß? Ja, mir macht vieles Spaß. Also gerade über die Ausbildung habe ich viel dazulernen dürfen. Also ich habe bis dahin ja nur so Sitcom-Comedy gemacht. Ja. Davor, das war auch super. Das macht mir auch immer noch mega viel Spaß und das ist irgendwie das, wo ich herkomme. Aber gerade so über die Ausbildung hat mir so das ganze Fiese und so ein bisschen Böse. Das macht halt auch Spaß im Schauspiel. Das ist das, was im Schauspiel cool ist. Man kann endlich mal das machen, was man draußen auf der Straße nicht machen kann. Das stimmt, das stimmt. Und ja, genau. Das ist natürlich wirklich das Gute an dem Job, dass man immer auch, natürlich auch durch die ganzen Rollen, andere Berufsfelder auch kennenlernt und irgendwie das ganze Leben vielleicht ein bisschen mehr mitbekommt. Wobei auch die Arbeitslosenquote wahnsinnig hoch ist. Ja, total. Ich kenne auch so ein paar von mir, sind auch Freunde, die haben früher in Zobesch mitgespielt und haben jetzt große Probleme, überhaupt irgendwo unterzukommen. Hat man da versucht, so jetzt ein Parallel noch irgendein Standbein aufzubauen? Oder ist das einfach auch schwierig? Also ich bin jetzt wieder an der Uni in Wuppertal eingeschrieben, Psychologiestudium. Ja, cool. Okay, also dann so wie es passt, sag ich mal. Also Priorität Nummer eins ist Schauspiel. Das ist ganz, ganz klar. Aber wenn es passt, dann mache ich da halt Kurse und versuche den Bachelor noch irgendwie fertig zu kriegen. Und mit Schauspiel kann man ja auch super viel machen. Also da gibt es ja nicht nur Theater und Film, sondern dann gibt es diese, wie Lutz das macht, diese Coaching-Richtung irgendwie, dass man sich da weiterbildet und all so Sachen. Und das finde ich auch super interessant und bin mal gespannt, wie das die nächsten Jahre so weitergeht. Weil das Schauspiel ja auch sehr viel Zwischenmenschliches hat. Also man hat ja viel mehr, man kann in Rhetorik, in Rhetorik, wo wird man besser sonst als in so einer Ausbildung. Ja. Ja. Und cool ist natürlich bei dir, dass du keinerlei Berührungsängste hast, wahrscheinlich auch keine Angst hast, vor irgendwo aufzutreten, vor Leuten, weil du hast immer schon gewohnt, bis irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen, dass immer irgendwie, gerade an so Sets sind ja dann auch 100, 150 Leute immer da, die irgendwie drauf gucken und dann hält dir einer so eine dicke Kamera ins Gesicht. Deshalb, das ist irgendwie, wenn man damit aufwächst, dann findet man da sehr viele Berührungspunkte irgendwie, die einen dann dementsprechend desensibilisieren. Aber es ist ja cool, dass es dir so gefallen hat, dass du es jetzt auch als dein Leben akzeptiert hast. Es wäre ja durchaus genauso möglich gewesen, dass du sagst, ja, habe ich früher gemacht, lass mich damit in Ruhe und einen ganz anderen Weg einschlägt. Ja, aber das war irgendwie schon immer so. Also ich weiß auch nicht, irgendwas in meinem Hinterkopf hat mir schon immer gesagt, dass das Schauspiel das Richtige ist irgendwie. Und ich hatte, ich habe immer noch, ich hatte mit vier Mal so einen Traum, dass ich einen Oscar gewinne. Und ich weiß bis heute, keine Ahnung. Ach, da hat man da erinnert, dass ich natürlich einen Oscar. Ja, irgendwann, natürlich. Und den habe ich noch so präsent vor Augen, irgendwie diesen Traum, dass das irgendwie seitdem irgendwie so immer in meinem Leben drin war. Und ich hatte da auch immer Lust drauf und ich vermisse das auch, wenn ich das längere Zeit nicht mache. Also deshalb habe ich auch, ja, eigentlich gesagt, ich mache bis zu meinem Abi nichts mehr, habe dann Theater gespielt und so doch zwischendurch und das ein oder andere immer mal wieder gemacht, weil ich halt einfach nicht ohne konnte. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Viel Glück, viel Spaß. Danke. Was möchtest du noch gewünscht bekommen? Ich wäre bereit. Äh, äh, ich weiß nicht. Erfolg und Reichtum den Oscar. Den Oscar, der Oscar wäre cool, ja. Zumindest auch so einen Fernsehpreis, der in Deutschland sonst vergeben wird. Ich habe ja den Fernsehpreis, äh, den Quatsch, den Comedypreis noch zu Hause stehen. Was, echt? Ja, von 2001. Du hast eigentlich so ein Ei? Ja, ja, genau, das ist dieses lachende Ei. Ach, stimmt. Ja. Den hast du auch bekommen? Ja. Wie kriegt das ganze Ensemble dann? Den hat da, ja, Rietas Welt hat den, ich glaube, 2000 und 2001 gekriegt. Und 2001 waren wir alle da und dann sind wir auch alle mit auf die Bühne, haben den alle gekriegt und der steht bei mir zu Hause noch. Wo steht da, was für einen Platz hat der bekommen? Der steht auf meiner Bassbox, also von dem Instrument Bass. Musik, ne? Ich hatte so ein bisschen, ein bisschen gestöbert jetzt nach dir und da gibt es auch viele Auftritte, wo du irgendwie so auf der Bühne stehst. Genau. Mit längeren Haaren sogar noch. Noch länger? Ja. Noch länger, glaube ich nicht. Das ist eigentlich das Längste, was ich lange... Ich habe so einen Zopf, genau. Ja, genau, ich spiele Bass. Bass-Gitarre in einer Gemeinde in Wuppertal und da in einer Band halt und deshalb bin ich da sehr, sehr viel da auf einer Bühne. Ah, okay. Genau, das ist wunderbar. Das macht mir mega viel Spaß. Aber mein Comedy-Preis steht in so einer kleinen süßen Vitrine so obendrauf. Das ist ja voll toll. Ich habe so einen kleinen Schrein mir gebaut mit allen möglichen Andenken, auch von früher, so einen Feuerwerkskörper, den die damals benutzt haben, um in der Weihnachtsfolge den Ofen zum Explodieren zu kriegen. So was hast du noch? Ja, weil die haben mich damit richtig reingelegt, richtig fies. Die haben mir gesagt, dass wir es ohne machen, also ohne den Knall. Und dann haben sie natürlich knallhart mitgemacht, weil ich damals halt zu jung war, um erschreckend zu spielen. Ach so. Vorher haben sie immer gesagt, der kommt gleich, erschrick dich, erschrick dich mal so. Und dann habe ich halt immer so, das sah halt irgendwie doof aus. Und dann kam es wirklich. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt mal ohne und du bist gar nicht im Bild. Und dann haben sie ein Close-Up von mir gemacht mit so einem richtig fetten Knall, mit einer richtig fetten Flamme. Das sind so Szenen, die würde ich dann gerne nochmal einzeln nachgucken. Vielleicht kannst du die einzelnen Folgen nochmal nachreichen. Das müssen wir uns alles nochmal angucken irgendwann. Ja, dabei, vielen, vielen Dank, dass du jetzt extra hier nach Solingen gekommen bist. Es ist sehr schön hier in Solingen. Sehr gerne. Ja, ich finde es auch schön. Ich mag Solingen. Ich auch. Es war Zufall. Ich wollte irgendwie in der Nähe von Düsseldorf und Köln. Und das ist hier genau so. Man kommt zu beiden ganz, ganz schnell hin. Und das war der Sprechplanet für heute. Wir machen jetzt direkt die Verabschiedung zusammen. Nächste Woche haben wir den ehemaligen, also nicht mehr so oft im Fernsehen, Marco Ströhlein. Kennst du den? Nicht schlimm, wenn nicht. Letzte Woche haben wir Jürgen von der Lippe. Kennst du den? Ja, den kenn ich. Ah, sehr kennst du. Das ist auch das Geheimnis von Sprechplanet. Die fünf Stufen des Alkoholgenosses. Genau. Ja, das ist das Geheimnis hier. Den einen kennt man, den anderen kennt man nicht. Wer ist das? Er hat viel Fernsehen gemacht, Marco Ströhlein, also viel Kram. So früher Tabaluga-TV und sowas. Ach, doch, doch. Ich habe ein Foto gesehen auf deiner Seite. Genau. Den haben wir dann nächste Woche hier. Und ich werde ihm dann sagen, dass ihn jeder noch kennt. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich stelle ihm schöne Grüße von mir. Sehr gerne. Das war's. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de